Au. Was ich mich frage ist, was soll ich denn machen, wenn der 3er-Kombo macht? Ist das irgendeine Möglichkeit, irgendwas zu tun? Aha. Ich konnte gerade R2 drucken. Warum? Wo war das da? Ich hab keine Ahnung. Ich brauch Hilfe. Ich geh jetzt allein nicht auf der Kette. Na, X. Ah, okay. Dann bin ich irgendwie weiter oben. Der hat jetzt aber einen Schlag mehr gemacht. Äh... Das zieht mir ja Energie ab der Tornadung. Warum? Neeein! Ja, tot. Okay. Was kann ich denn hier machen? Kann ich irgendwo mal an der Ecke hoch oder sowas? Halt die Fresse! Ich will dich nicht mehr sehen eigentlich. Kann ich ja schon sagen. Also, du nervst schon. Das ging schnell. Und das zieht doch auch ganz schön viel ab jetzt gerade. Auf einmal finde ich gut erstmal. Klar. Nehm ich mit. Den könnte ich ja hier auch mal ausweichen, ne? Der macht jetzt schon die 3er-Kombo. Ja. Ausweichen! Biete, 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 biete. Nicht cool. Boah! Das ist doch nicht zu fassen! Boah! Was soll ich denn hier tun? Der Gott! Ich habe keine Chance, Alter! Ich habe einfach nicht den Hauch einer Chance. Ah! Aha, aha, aha. Was soll ich denn hier jetzt tun gerade? Der kann kein Knopf, kein gar nichts gerade. Ich bin voll verwirrt. Was war das? Ich glaube, ich habe irgendwas Tolles verpasst. Kannst du aber bitte mal ein bisschen Energie zurückgeben. Das wäre sehr, sehr lieb. Kollege. Aber nur wenn du Lust hast natürlich, ne? Wollen wir immer noch ein paar mitgeben. Das ist wichtig. Aber das war vom Ausweichen her. Das ist eigentlich ganz gut so, wie es gerade war. Schnell! So, was muss ich hier tun? Was muss ich hier tun? Ich drücke jetzt eh welche Knöpfe. Ah! Ach so, okay. Ja, genau. Leg dich wieder hin. Machst du bequem. Schätzelein. Und entspann dich. Alter, okay. Der hat nicht mehr viel. Der hat nicht mehr viel. Das heißt, wenn er seine 3er-Kumbo macht, müsste ich eigentlich immer darauf warten, bis er seinen komischen Kack-Attack da macht. Ist aber immer noch bei der 3er-Kumbo, ne? Aua! Ne, der macht 5 jetzt, okay. Oh, mit Feuersachen! Sache... Hör auf damit! Und noch mehr als 5. Ich will da die hässliche Fresse nicht mehr sehen. Bitte. Oh, bitte! Äh... Okay, okay, okay. Was? Was war das? Ne, jetzt gleich noch ein Pfittchen hatten und das ist wie ich nicht schaffe. Was? Wann? Du bist der beste, Dante. Viele haben versucht und viele haben mich verletzt. Bravend Ulysses, der großartige Alexander, Attila, Lancelot, Only you possessed a soul black enough to free me. Only you possessed a soul black enough to free me. Her soul is free now. Only you and I remain. Come for me, holy warrior! Come! Fulfill your destiny! Oh! Okay. Ich dachte schon. Weil ich habe jetzt extra nur geguckt, ob ich irgendwie nochmal so ein bisschen Energie wenigstens zurückkriege. Ob das Spiel so gnädig ist. Ich verstehe es nicht. Was, was, was blitzt denn da rum, sag mal? Ähm... Passiert da irgendwas, wenn ich da immer schlage oder ist das dir jetzt so... Komplett egal? Ach! Kleine Rallye. Ja, aber ich muss den erstmal über den natürlich ein bisschen angucken. Bevor ich hoffe, wenn ich sterbe, dass ich nicht, nicht wieder bei der, bei der ersten Stufe anfangen muss. Ja, okay. Ach so, der, der kontert meine Schüsse. Das ist das Problem. Deswegen Blitz ist auch immer so lustig. Ich konterst nämlich gerade überhaupt gar nicht zuordnen, was das jetzt war. Ja. Okay, ich glaube, den letzten kann ich nicht abblocken. Arter! Jawoll. Ein bisschen Energie zurückgekriegt. Ein bisschen Energie ist gut. Boah, ich stort ziemlich viel sogar. Alter, das wird aber ein langer Kampf. Ouch! Was machst du da? Bist du bescheuert? Was ist dein Problem, Kollege? Alter, mein Gott, verlier doch mal ein bisschen was. Guck mal bitte die Energie von... Was war das denn? Alter! Wie viel Energie hat das abgezogen? Zu viel. Ja, okay, cool. Das war der erste Versuch. Ist okay. Boah, der verliert gar nichts, ey. Ich muss irgendwas tun. Es ist übrigens Lucifer, ne? Da steht's nochmal. Es ist also der letzte Kampf. Das heißt, wir werden das... Heute hoffentlich beenden, das Spiel. Nicht hoffentlich damit, weil es zu Ende ist, sondern hoffentlich, weil ich jetzt schon beim letzten Kampf wahrscheinlich bin. Und vielleicht kommt noch eine Stufe. Und das eigentlich nur nicht schaffen würde, weil ich jetzt noch viereinhalb Stunden sitzen würde. Ja, das war dumm. Da hab ich zu früh geachtet. Zu früh agiert. Tatsächlich. Ihr habt gesehen, die Kreuze kamen in roter Form zurück. Das heißt, der Arsch kann die Konter. Ne, den kann ich nicht. Piss dich, Alter. Ja, okay, das kann ich doch nicht vergessen. Aerial Damage. Es ist unglaublich, dass ich ihn auch so nicht treffen kann. Pum. Pum. Aua. Mann! Hör auf damit. Ist eigentlich ganz gut, die Waffe, ne? Hier der Zauberkraft. Wie viele Mana krieg ich denn wieder. Häääh! Ich war doch in der Luft! What the? Ah, jetzt mach ich wieder böse Sachen hier, ne? Alter, komm doch mal klar. Beruhig dich doch mal. Die Sau rauslassen, ne? Der war eigentlich ziemlich effektiv, ne? Hab eigentlich schon mal das Gefühl. Hä? Haha. Feel the pain, I have to... Feel the pain, ah. Ja, was ist mit dir? Kommst du jetzt oder was? Huch. Schön bisschen den Bein auf den Sack gehen, mit dem Zahnstöcherchen. Hör ab. Au. Lass doch mal deinen Scheiß da weg, echt, ey. Nervig doch nicht. Äh. Die Zahnstöcherattacke. So. Hallo. So ein bisschen defensiv darf man ja auch mal hin und wieder mal agieren, oder? Ja. Ich hab immer noch meine Redemption, darf ich nicht vergessen. Sogar gleich fast zwei... Was war das denn schon wieder? Was ist das für eine Attacke, die mich dann einfach instant tötet, die auch aus dem Nix kommt? Oh. Wo kann ich mich denn an den Kampf nicht erinnern? Der ist ja ätzend. Oder vielleicht war das eine der Sachen, die ich irgendwie erfolgreich verdrängt habe. Alter, der dauert ja einfach Ewigkeiten, der Kampf, ey. Boah. Ich krieg dir direkt die Zweischwerte ins Gesicht. So ein bisschen mehr Mana hätte ich mir schon gewünscht, ne? Wenn wir wieder Gips. Ach, das ist eine schlechte Idee. Entschuldigung. Das ist mir so drin. Andererseits... Wartet mal. Ich kann jetzt ja eh mal ein bisschen mit den Relikten spielen. Weil, okay, das bleib ich auf jeden Fall drin. Das brauch ich zum Beispiel nicht mehr. Was kann ich denn stattdessen dafür reinnehmen? Hm, 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 hm. Das kann ich doch mit reinnehmen. Da krieg ich auf jeden Fall schon mal weniger Schaden. Cross-Attacks brauche ich nicht. Ach, Abilities. Ah, das ist natürlich schon eine bessere Sache, ne? Cross-Attacks und Abilities. Was meint ihr damit? Hm, hm. Hm, hm. Hm, nee, komm. Die sind alles so Level-1-Sachen. Aua. In Ruhe, du kleine Rei. Alter. Der ist aber auch so schnell, ne? Ich will mehr Energie von dir zurückkriegen, die kleine... Panne-Gopf. Panne-Gotter. Wab hier, wab hier. Ich mag den. Pang, pang, pang. Ah, der hier scheint wirklich ganz gut zu sein. Ja, schade. Der unterbricht leider nicht die Angriffe des Gegners. Das wäre natürlich optimal. Weil sie nur nicht so viel abzieht. Aber ich glaube, hier zieht eh jeder Schlachter gleich ab. Das war auch wieder scheiße grad. Weil der nämlich... Nämlich... Nämlich genau das... Von der Kameraperspektive er beschädigt sich gemacht hat, was er machen konnte. Weil ich konnte ihn nicht sehen. Ich wusste nicht, woher die Schüsse kommen. Und hatte da nicht mehr genug Zeit zu reagieren. Weg! Oh, okay. Gut, dann hast du es halt für mich gemacht. Ach, jetzt macht er seine Booms-Attacke. Okay. Ich wollte nur irgendwie in der Luft bleiben. Dafür ist eigentlich die starke Attacke meistens die beste Möglichkeit. Schon wieder? Was ist los mit dir? Hä? Aus der Attacke hat er direkt eine andere gemacht. Badass Motherfucker. Ich hab echt... Mir jetzt gerade extra gedacht, ne? Ich kann die Schüsse von ihm ja eigentlich auch kontern, ne? Und das nächste Mal, wenn er seinen Schuss macht... Dann fühlst du mich doch einfach mal zum Kontern. Und seitdem macht er den Schuss nicht mehr. Alter. Ich krieg's nicht hin. Ich hab's doch gelernt, oder nicht? Moment. Äh, irgendwas war hier... Das war doch eine der ersten Sachen. Genau, press after countering im Projectile. Oder ich hab das vom Timing her nicht drauf. Dass die einfach viel zu schnell von die Attacken... Gut, das kann ich jetzt hier wahrscheinlich eh vergessen. Aber ich kann mal ein bisschen hier Gas geben. Ja! Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Alter, das... Das klappt ganz gut. Häng ich mit dem Gerät hier. Okay, Redemption ist geil. Hätt ich mal doch lieber mal ne dritte... Leistung noch gekäuft. Wie lang... Wie lang... Party, Party, Pu. Weil das ist für einen langen Zeitraum, der mir so einfach mal nix hergegeben hat, ne? Nicht, ob ich dreist. Ich muss jetzt wieder gleich einfach deinen schnellen Schlag und ich bin wieder tot. Ja, das war's. Alter, ey. Boah. Was für ein Kampf. Was für ein Kampf. Ah. Korbfeud. Hervorragende Idee, Dennis. Ich glaube, ich kann lieber mit denen echt über die Vieregger-Attacken machen. Aber bei den Vieregger-Attacken, das ist ja blöde. Der fliegt dadurch nicht zurück, ne? Dankeschön. Hau ab. Ich achte jetzt nur noch auf den. Und versuche mich mal nicht treffen zu lassen von dem. Ja, so gut. Weil der so wervorragend funktioniert. Klappt leider nicht so gut, wie ich mir das vorstelle. Mit dem einfach mal gucken, wie es läuft. Naaah! Super, okay. Man muss doch bedenken, je mehr ich immer auf dem Boden bin, ne? Wenn ich die einfach schläge mache, dann, äh... Umso eher habe ich auch noch Zeit auszuweichen und so. Das ist halt schon nicht uninteressant. Ist ja nix. Puh... Was ist das? Puh... 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 Puh-